Was ist das für ein positives Ergebnis oder gar einen Sieg? Man kann die beiden Mannschaften nicht miteinander vergleichen. Da gibt es offensichtlich Qualitätsunterschiede. Wie der Trainer schon gesagt hat, es ist für uns wie ein Pokalspiel. Wenn wir einen Sieg bevonfragen könnten, wäre das fantastisch, weil wir gegen eine der besten fünf Mannschaften weltweit antreten. Hier, hier, Ben, Ben, hier, Ben, hier ist er, Ben, hier, Ben, hier ist dein Knochen. Hier ist dein Knochen, Ben. Beißt du dir in deinen Schwanz? Brandy, guck, hier ist dein Knochen. Brandy, wo ist dein Knochen? Hier, komm, hier runter. Hier, hier. Auf meinem Schoß wird kein Knochen gegessen. Jetzt sind die Zwerge vier Wochen und vier Tage. und haben ihren ersten Fleischknorpel am Wickel. Sie knatschen schon, als würden sie das schon ewig machen. Selbst unser kleiner Prinz kämpft damit. Tja, Brandy, das Fleisch muss man sich abknappern jetzt. Bayouma hat den größten. Brandy, das ist schwer, ne, mit so einem Knochen. Ich bin mirrors gel electromagnetic. Ja, ich bin lebens�ce. Aber das ist es besser. Komm, hieruire TWO Aftermath. Und ich bin suedßer, woken wird Zeitrum. thef perspectives. Dach erlebten unsere Jungen. Darum ich mit jamais.